willkommen zurück zu luigi's menschen 3 erb da oben gerade schon die drecks katze gesehen ich wollte ursprünglich gerade kaum erst mal schauen wo die hin ist und dann sage ich dass sie da im eck sitzen und dachte ich mir komm dann machst du gleich mal den scheiß an wie kriegt die teils runter oh mein gott hat sich diese scheiß katze ach so ja ok hallo ok leute sorry dafür ich bin lost ich weiß was habe ich einen partner na komm her du drecks katze nee du gehst jetzt nicht weg ich setze ein stockwerk nach unten allah der rage ist gerade so nah ich weiß ich mein gott ich fand das mit dem polter pincher im zweiten teil ansatzweise so scheiß wie mit der katze hier wow habe ich angst drecks teil total unnötig Total. So ein Drecksfeel, das ist nur Spielstreckung, aber komplett. Also da können wir die nicht sagen. Alter. Ist das Spiel zu kurz oder warum hauen die jetzt noch einen Geist rein? Ist das Spiel zu kurz oder was haben die gerade vor? Weil die Katze ist eine eindeutige Spielstreckung, mehr nicht. Würde es wenigstens Mehrwert bieten, aber tut es halt nicht. Wo sollen wir jetzt genau hin? Ja, okay, also es ist wahrscheinlich ins Drunter. Ich dachte gerade einen Sechser so rein, weil es dann da ins Drunter ist, aber es ist ja nur der Fahrstuhl. Wenigstens läuft Luigi gerade. Ja komm, lasst mich in Ruhe. Jetzt will ich da auch noch hoch. What the fuck is denn das hier? Man ist... Also ich weiß nicht, ist das Spiel so kurz, dass sie so viel Streckung reinholen müssen oder was? Ja. alles drecks katze hier oder alles drecks katze hier also drecks katze hier gelitten alles schrank hier Ach, da ist die Dreckskatze. Ach, da ist die Dreckskatze. Eigentlich irgendwo auch ziemlich krank, dass wir den Schwanz absaugen, aber okay. Ah, da wird diese Folge anstrengend zu schneiden. Warte mal, wo ist die jetzt hin? Ist das jetzt hier nach oben oder ist das jetzt nicht Stockwerk? Also die Musik spielt ja noch. Hab ich euch schon mal erzählt, dass ich Spinnen nicht recht mag? Also so kleine Spinnen, okay. Aber ich habe schon Bekanntschaften gemacht, wie ich so richtig fette Spinnen. Und... Ja, ich weiß ja nicht. What the fuck bist denn du? Äh... Was? Oh, geile Gegneridee, aber was ist das? Hä? Ähm... Okay. Richtig strange Gegner, wenn ich ehrlich bin. Den fand ich gerade richtig strange. Ist die Katze hier reingekommen? Ne? Ah, hier ist sie rein. Na, als ob sie das ignorieren könnte. Ah, bitte bring mich... Mann! Wum! 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 Okay. Ganz ehrlich, ich bin schon wieder verwirrt. Achso, Wasser reinlassen. Dreckskatzala, bitte stirb. Kann ich ja jetzt rausgehen? Boah, das wäre so lame. Hm. 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 Oh, das sieht gut aus, aber sie lebt noch. Sie lebt noch. Ganz ehrlich, eine der ekligsten Spielstreckungen, die ich, glaube ich, jemals gesehen habe. Aua. Weil ich dumm bin, gehe ich jetzt hier hoch. Kann ich mich irgendwie nicht einfach runter-GP'n? Naja. Das gibt keinen Sinn. Die scheiß Münzen liegen ja sogar unten. Zumindest rennt der scheiß Luigi ein wenig schneller als sonst. Das Wasser lasse ich jetzt laufen, Alter. Das kann die scheiß Hotel-Eigentümerin da selbst zahlen mit ihrer Dreckskatz. Aber ich bin mir sicher, dass sie vor ihr ist. Beziehungsweise ich weiß es, glaube ich, sogar. Weil wenn mich nicht alles täuscht, habe ich sie schon mal mit einer Katze auf dem Schoß oder so irgendwann mal gesehen. War das nicht eh im Spiel? Weiß nicht mal, ob es im Spiel war oder ob ich es irgendwo auf YouTube mal gesehen habe. Bitte beende das doch endlich. Was? Und habt ihr jetzt gehört? Ich bin sogar unten am Boden aufgeschlagen. Und ich werde trotzdem zurück. Das finde ich wirklich schlecht gemacht. Also... Wer das programmiert hat, der soll sich schämen. Wir hätten uns kaum gleich der Polterpinch und so einen spaßigen Stoff klauen, weil ich wusste, dass das mit der Katze passiert ist. Er ist so frustriert, dass er seinen eigenen Hund umbringt. Siehs... Ja, passiert. Was war denn das gerade für ein Vieh? Ich habe nur so einen Soundgarn und habe mir ins den gedacht. Komm, bring' um. Boah, aller Schnee. Ich wollte die verschonen, aber... Ja. Ich wollte Drex Fledermars ursprünglich verschonen, aber was die gerade abgezogen hat, das war mir auch so viel. Irgendwie irritieren mich die Bilder hier gerade. Hier ist ja wirklich was. Ich glaube, das war ein Juwel. What the... Es ging gerade ein Fenster auf meinem PC auf. Keine Ahnung warum. Ich habe gerade ziemlich strange, da ist ein random ein Fenster aufgegangen bei meinem PC. Ich glaube, Luigi ergreift die Macht bei meinem PC oder so. Leute. Schlimmste Luigi's Mansion 3 Folge bisher. Schlimmste Folge bisher. Jaja. Hm. Oh. Oh. Oh yeah. Oh... Museum. Ok, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, was ich bezweifle, dann lasst ein Abo und ein Like, da würde mich auf jeden Fall mega freuen. Und bis zum nächsten Mal bei Luigi's Mansion 3. Und bis zum nächsten Mal bei Luigi's Mansion 3.